jetzt schon drücken ja du kannst jetzt schon machen im enter und stelle sich langen namen hat ja dann kam gratis klick ja das der erfolg oder super willkommen zurück bei force in der 26 folge wir haben uns jetzt erst mal ganz kurz dazu entschieden die zeitprüfung zu machen um noch ein paar kristalle zu bekommen der kudos ist dabei hallo und der baby so in der prüfung 15 wir haben nach hausforderung und zeit haben wir beides offen aber wir machen erst mal nun die zeiterfolge bzw kristalle dafür fünf kristalle in zusammen brauchen wir eigentlich nur noch mal sehen was wir jetzt alles schaffen für noch vielleicht nicht ganz aber hoffentlich kommen wir etwas näher an schnell wie möglich und natürlich dinge aktivieren oder nicht aktivieren geht schneller bleibt er dann stehen die wand was so stimmt lass mal nicht durch nicht durch ja wir müssen schnell durch hast du schon ja nur dann waren es wirklich nötig ist jede pflanze müssen wir noch auf jeden fall kaputt machen ja und dann müssen wir die schreien aktivieren um die pflanze herum nur da würde ich jetzt vorschlagen guter mauer im anderen mal ja deswegen hier aber nur die zeit im linker herrchen macht die traste den hier das reinknallt nicht so schnell nicht so wie die wand drin da unten ganz ruhig jetzt kommt gleich die pflanze irgendwo ja dann müssen wir die streine aktivieren damit wir zeit kriegen also damals so wurde es gemacht dass ihr euch gar nicht mehr da unten drinnen ich stehe auch gar nicht drinnen echt direkt vor dir da habe ich ein masse fleck in direkt vor bb ja sehe ich aber ihr seid mal teilweise im nebel drin auch jetzt müssen wir oder jetzt jetzt die aktualisierung plötzlich dass sie weiter weg hier ist eine lücke war da was wir mussten den stier töten steht oben da ja okay dann machen wir noch mal wenn wir so was wieder ja schon weil ich ja also nimmt erstmal er das ding auf seinen kopf kann ich einfach nicht machen nicht dass sie nicht darf das und dann rennen wir erst mal durch er wird fahrs doch nicht cool ins bietet beim stier plötzlich hat sich vorhin der nebel aktualisiert da war er nicht unten und plötzlich da war er auch nicht da nah dran ist dann auch wenn so weit deine bombe gar nicht mehr da dein echten missionsfall wer ich den hatte ich am anfang gleich weg da war so ja gerade der war eigentlich ganz geil oder ketten blitz hast du den der krieg schon seit fett weg ja ist da so weiter schade speed boost weg beim stier müssen wir auch noch ein paar schreien aktivieren ne also die schreien die jetzt kommen ist aber die schreien aktivieren ich aktiviere okay cool dann greife ich mit an so wir haben wir gleich weg den nächsten schreien brauchen wir glaube ich nicht mehr ach so okay schade geht schon mal über links rüber links war es okay ja links ist der durchgang ich tue bloß positionieren da ist noch okay ich guck guck erstmal ob der äh ist auch schon gut dann brauche ich hier nicht aktivieren wo war jetzt ach so ok weiter runter spucker hier muss aktivieren 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 kommst du komm 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 weiter 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 und dann jetzt müssen wir die schreine glaube ich ne warte mal da kommt die pflanze noch nicht hier ist heilung jetzt kommt die pflanze ja ok dann aktiviere oder warte ja da ist er so mach rechts annehmen geh rechts und zieh mach an verdammt hä 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 jetzt hören hoffentlich reicht es noch äh eher nicht doch könnte werden wir unten bleiben zieh durch geht 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 oh speed boost wohnbarkeit bin weg jetzt brauchen wir doch wir alle drei oder schreien aktivieren schaffst du es wir müssen mehr zeit kriegen ich aktiviere den hier unten ich bin tot scheiße ja die hatten mich festgesetzt ne zu viele geht da ja ah ok bin da an der wand gescheitert oben ich hab den speed boost in den blöd 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 ja wie er keine junge mal sagte ich bin der gute Power Ranger ich vergesse immer den weg muss lang geht echt ne sowas merke ich mir immer gott sei ja das ist auch gut ooooh dann okay und weg ist es dann so der man speed boost holen können aber dann habe ich selber eben also wenn die ersten drei in der reihe kommen müssen wir aktivieren mal die aktivieren wegen dem stier aber nur die dreier das reicht um den weg zu kriegen ok jetzt hier ist der lachs wieder jetzt an der stelle hier ein bisschen da ja aktivieren das ist dann geil und 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 so weiter ja nicht rüber ziehen nein 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 nimmst du auf den kopf auf den kopf ich aktiviere mal heilung ein bisschen wunderbar so jetzt bieten uns jetzt vorweg genommen schade ach quatsch nicht alle spucker komm mal hier runter wir sind alle tot ich hab ne tote gemacht cool kassi muss aktiviert ja ich doch unten ja auch gut ich positioniere schon mal wir gehen weiter runter noch nicht das ist ok jetzt kommt sie durch ich habe links daneben gedrückt rechts oben muss entstehen ok wunderbar hey ach so oh das du sehen kurz vor naja kurz am ende gibt es die hellung oder gab es mal keine ahnung jetzt man geht zum blut und lang und lang los kommt wenn man dir auch so ja ich hänge fest ja ich wo waren der blut von der kacke jetzt am ende daneben ist das ein paar dinge zu aktivieren ich würde durchgehen ich bin durch wir müssen doch wir müssen nicht zerstören wir müssen die bekämpfen die vier ja wir müssen sie beginnt ach so jetzt ist ein banner ich habe keine ahnung mal gucken ich glaube nicht ne alter noch schneller ja 15 sekunden haben wir ja doch wahrscheinlich überhaupt nicht mehr anhalt also dann darfst du gar keinen schräger aktivieren das mensch dir wird dann hart komm nächste aufgabe schon habe ich ja ja ein wenig das ist die überwucherung reinigt keine infizierten schreiner als das ja nur auf zeit wollen wir ja erst mal ach so ok also alles weg klatschen das ist ein bisschen nicht ganz so stressig bei selbst auf zeit ist es aggressiv ohnehin ja herausforderungen wäre schlimmer glaubt mal ach das war ja ja klar scheiße stimmt so schnell rauf da ja ich stell mich rauf ich hätte ein paar herausforderungen aus wird zeit ja weil wir könnten jetzt auch hier mit der zeitdrucktafel probieren also mit der ausforderungen zusätzlich noch ich habe keine ahnung bleib mir stehen da hochschütze müsst ihr rauf stellen ich kann da wenigstens mit kämpfen ja ich stell mich rauf gut na komm so also machen wir zeit jetzt ja ich hab mich gekriegt alter selbst bei der zeit dürfen wir keine schreine weg machen irgendwie schnell gehen ja ich krieg die gar nicht so schnell weg wie das hier heilt oh ich geh immer weiter nach unten oh ja ich geh rauf so ausgleich ähm aktiviert glaub ich ne ja ja wir gehen unten mach mal hier bogen schütze und so ja so wo kommen die gegner gegner wird 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 kommt fischlein 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 ne die müssen nicht kommen es geht doch so fischlein 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 axtkämpfer da oben mann hoff zu langen hier da hat die performance verbessert worden ich werde wahrscheinlich noch ein paar mal sagen ach hier ist ein komisches Viech dort naja ich geh mal auf den axtkämpfer ich krieg ihn nicht so schnell kaputt vor dem rücksel aktiviert sich die mine nicht keine ahnung jetzt hat's nicht aktiviert ja so ein komisches Viech hier ist ja noch weiter weiter genau ok unten komm auf wer ist gegner ich stunne rein hau rin was hast hab nichts gerade ach jetzt ging es endlich alter war ein hölzer zu lang hier alter die ganze Zeit rum nicht standen au jetzt wollte die kugel mach zurück zurück hol die kugel hol die kugel für die mitte für die zeittafel ich bin auch tot du schaffst das ich glaub an dich kein stück muss raus werden das herz der karten sein wird dir äh falsch falsches spiel ja nee es wird nicht so toll laufen kann mich zwar kann es mal ein bisschen hin und her machen aber äh jetzt in äh jetzt wo bin ich denn achso ich bin noch nicht da jetzt bist du da boah ha ich hab jetzt dann hau rin oh jetzt lagts schon wieder massig ich seh nichts seh noch nichts jetzt seh ich wieder alter voll übel ich bin ich denn jetzt ich seh dich auch nicht ich seh dich auch nicht ah ich seh Vivi wieder ach er ist da unten in der Ecke uah auf so langen ich seh nichts ich bin tot schon wieder ich bin auch tot ich bin auch tot ey ey das lag bei mir du willst hin und her ich weiß nicht was los ist jetzt ich will mal kurz ne andere Fähigkeit da rein nehmen ich hab keine Lust mehr ja jedenfalls machen wir noch ich würde da gerne die Sitzung neu neu aufbauen damit es sich irgendwie aktualisiert oder keine Ahnung was so ich bin soweit huh also wenn jetzt wieder die ganzen Lachs kommen dann macht es selbst für die Zuschauer keinen Spaß zu gucken ja wir haben die Netzwerkprobleme wo oben ja ich seh es auf keinsten die Gegner stehen still ich weiß nur was ich drücken soll oh ich muss niesen gleich oh verdammt ich habe nichts gesehen oh ich muss niesen gleich oh verdammt dann bleibt drauf stehen und niese ich führe es aber ich führe es aber schmucker abgewehrt ich habe gleich durch die Wand die droschen alter das wird ich kann in der Pause drücken bitte dann kann ich kurz die Dase schnauben habe ich durch Entschuldigung das war jetzt mit dem Aufnahme auf ja ich habe gedrückt dann machen wir selbst steht ja noch zum Glück ja ich habe es mit dem Knopf um es leise zu machen mach sie einfach den PC aus ganz kurz ich drück mal schnell aus das gleich wieder anmachen kann weitergehen ich habe gedrückt ich bin hier ganz unten ich habe das Ding in der Hand ich habe es ja zieh die Kugel wieder zurück zieh wieder hoch ich brauche die ganz kurz zieh wieder hoch boah hast du einen langen Alpern Kacke so zieh wieder äh ich brauche sie cool ich kann auch ohne Kugel den Ding hier aktivieren ich steh grad auf die unteren und aktiviere den grad ach so ja es geht ach dann brauche jetzt brauche ich die Kugel du musst nur draufstehen dann kannst du eigentlich wenn du vier Leute hast jeden auf jeden und dann durch ah ich glaube dann siehst du ja nichts mehr oder ne siehst du auch nichts mehr nicht hast du mal Heilung reinhauen du siehst ein bisschen kaputt aus äh irgendjemand ist da eingeblendet ja ich hab's ich hab's ich hab's selbst als Putz ist der da oben schon fertig? bitte ne man hör zu lang so Bogenschutz bist du kaputt oh würde ich doch bin hier immer auch die Heilung rausgehauen so der da oben ist noch nicht durch so der da oben ist noch nicht durch nach oben ja make sure to keep the station at bay weiter 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 x freut dich mal Heilung so ich hab auch Heilung an ihm ich auch ich hab Unverhundbarkeit an ihm Alter hast du Lagen die Kacke ey wer guckt sich denn so ein Video an tut mir das doch fast selber leid was heißt fast es tut mir leid sowas anbieten zu müssen boah hast du Lagen ey oah Alter ich brauch fürs Ding mal ja jetzt hier bin weg kann man ehmisch machen what the fuck halt mir tot ich wusste gleich wer ruhig bin es lagt schon wieder Alter jetzt kannst du nicht spielen ja ganz schön weit weg ja mich auch verdammt ich häng auch drin tja der hat mich auch so weit weg gezogen nein ich hab's ja sehen ey wieviel Viecher ey der hat doch mit Punchdown gemacht 5 Sekunden noch Speedbuff wow ey ich mache Katz und Maus wo ist die Kugel keine Ahnung links ich hab Unverhundbar gemacht ich hab mal irgendwas rein die haben alle aufgeladen Alter ich seh nix ey es steht bei mir in mir steht das Bild grad der ist nicht mehr ah ich bin weg war der Kohl der steht doch noch ich bin tot ich seh nix Alter ich hab Standbild Null FPS Null FPS gar keine Bildbewegung mehr wie ist das hier naja null FPS oi komm her ich hab den Schrein aktiviert ich hab den Schrein aktiviert ich hab den hier oben da Leute solange du hat den Schrein und nein nein ey ich will nicht mehr solange du da oben spielst das gerade eben haben die Mutter alle stillstanden ist man dir auch nein nein vom Spiel aus solange du grad eben da oben festgepinnt warst oder wie das heißt hab die Mutter einfach gar nicht gemacht ach so ist ja geil haha irgendwie ist das dann geil letzter Versuch jetzt hier ich geh gleich unten echt? letzter Versuch? ja ich geh gar nicht mehr ey so wie das lackt ich kann gar nicht spielen ist natürlich vorteil für euch dass ihr gegnern nix machen aber bei mir ist doof bleib ruhig drauf so ich mach hier auch mit verdammt daneben ich geh mal auf dem Spiel ein bisschen hier unten kannst du was dickes reinhauen wenn du magst ich könnte auch die Kugel runterholen wenn du magst ja mach ich ach so jetzt brauch ich gar nicht mehr ich hab hier Stunt hast reinhaut nein ich hab den Stier gefüllt ich geh mal auf das Ding weiter rauf ja wenn ich rauskomme so ich hab hier Stunt ich brauch mal die Kugel mach ruhig was du kannst äh ich seh gar nichts hier Pfeilerpfeil kannst du hier auch hinlegen falls du nix hast holten es an ja wieder er Stunt wunderbar ach der ist ja immer noch am Leben so ein paar Unwag halt ein bisschen ich stunne so jetzt sind sie alle da mit 5 Wufladungen mach sicher die Kugel ja mach mal n dicken Pfeiler irgendwo hinten rechts drin so viel Viecher wieder sind ey da ist er Stunt ich geh mal gleich oben hell gleich oben du kommst doch wohl eher runter wa ja ist Kettenblitz oder so das wär jetzt n nächstes wo bin ich da bin ich ok so ich bin nicht da und ich bin ich hab euch Stunt ich hab euch Stunt wo bist du denn ach so ich hab auch grad Stunt hau mal um die Kugels drin wenn ich könnte würde ich tun dann hast du nix mehr schade so ich hab es dann fünften Sekunden Paket so wie kommst du schneller ach sie und Stunt wo bin ich wo bin ich wo bin ich wo bin ich da bin ich ok oh 2 2 ich bin da ich bin da ich zieh auch fast nix mehr so ich hab hier Stunt hau ne Fähigkeit rein wie ne hast bam nett ey das Ding aber ich überlebe richtig gut hier steht auf dem Ding drauf ey was soll man da machen oooh musstest du ey schon wieder alter er zieht sich wieder über das komplette Spielfeld rüber ey heiliger Stunt rauf da rauf da rauf da rauf da ja ich hänge grad hier bisschen warte da ich bin wieder drauf es bringt ja nichts wenn ich dann sterbe weißt du so nochmal jetzt dann ist fertig hoch bin ich denn oben drauf ach so hä bin ich wieder gekocht ja jetzt bist du da ich hab Heilungannehmer halt da vorsicht das Ding da so ich brauch die Kugel ja ok ey warum war ich denn nicht mehr drauf noch ein Stier noch ein Axtkämpfer noch ein Axtkämpfer noch ein Axtkämpfer noch ein Axtkämpfer alter es geht hier ab ein Axtkämpfer ich hab schon wieder nicht gesehen wo ich bin ey ich hab schon wieder nicht gesehen wo ich bin ich bin doch mal hin und her hier war ja ich versuche hier auszuhalten drauf eigentlich wurde zurückgeschlagen geh mal schnell an andere wenn wir das jetzt schaffen ey dann haben wir wirklich auch die Herausforderung geschafft ja ich komm hier ruf so ich stun in sie so wenn es dann vorbei ist dann mach ich verdammt Unverwutbarkeit weg machen so 10 Sekunden 10 Sekunden hab ich hier da ja müsste eigentlich reichen ja zugleich nein geh ruf Bibi nein oh jetzt ist es dann wir haben juhu alter passend jetzt hab ich 3 Erfolge gekriegt ja Herausforderung und Zeit geil what the fuck alter ey ich bin jetzt bin ich durch jetzt reicht's ey ich bin durch jetzt brauch ich was zu essen ey sonst geh ich unter ja das ist mal hast du es hier verdient 3 Kristalle machen wir irgendwann in der nächsten Session und dann haben wir uns zur Fähigkeit wuuu guck mal ja bei 63 yeah ey mir platzt der Kopf ey ey das ist so unübersichtlich die hätten das irgendwie anders lösen müssen dass man mal seinen Charakter irgendwie wenigstens sieht oder so in massen die Tümmel also ich sehe genug wenn sie grad lackt echt ne grad eben zum Beispiel ich bin wieder gekommen stand drauf dann ist irgendwas passiert dann hab ich gesehen ach ich bin oben links irgendwo und da war ich tot ach das ist sehr cool ok dann äh 60 Kristalle wir haben ziemlich viel erreicht jetzt bei mir hat man ich weiß nicht falls überhaupt keiner dran ist danke für's dranbleiben wegen dem ganzen Lachs und äh bis dahin in der nächsten Folge erstmal auf Wiedersehen jo bis zur nächsten Folge gut Leute macht's gut bis zum nächsten Mal ciao my name's Balthus and I am your spirit mentor and I am your spirit mentor und ich bin ein bis zum nächsten Mal